Ich gebe dir mal hinten immer die Flüte so um, dass der Schlitz unten ist. Kannst du besser aus? Ja, kannst du besser reinmachen. Geht auch für die lange Flüte. Für die Flüte. Für die Flüte. Das klingt so ein bisschen kratzig schon. Ja, das tut. Okay, also was rausklingt, ja? Ja, super. Der auch gut. Ja, der ist raus. Dann wollte ich erstmal hören, was für Klängechen statt sind. Uhhh. Du bist ganz cool. Du bist ganz cool. Das war's. Das war's. Das war's.